Translated Press History Die Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Franklin Pierce, ein Held der vollen Flaschen und der leeren Versprechungen. Als junger Mann appellierte Pierce an Präsident James Polk, um eine Erlaubnis während des mexikanisch-amerikanischen Krieges Offizier werden zu dürfen. Daraufhin wurde er in den Rang eines Brigadegenerales erhoben, obwohl er zuvor noch nie im Militär gedient hatte. Er führte eine Gruppe von Freiwilligen in der Schlacht von Contreras an und wurde dabei verletzt, als er vom Pferd gefallen war. Später half er bei der Einnahme von Mexiko-Stadt. Präsident Pierce litt später unter den Anfällen von Alkoholismus. Tatsächlich wurde er während der Wahlkampagne und auch während seiner Präsidentschaft wegen seines Alkoholismus heftig kritisiert. Während den Vorwahlen von 1852 verspotteten die Wix Pierce als den Helden vieler voller Flaschen. Pierce trank zweifellos in bestimmten Perioden seines Lebens viel und Alkoholismus trug zu seinem Tod bei oder verursachte ihn sogar. Aber er tat alles, um es vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Eine andere Geschichte, die Pierce mit seiner Kutsche im betrunkenen Zustand eine ältere Frau überfahren haben soll, ist laut dem Historiker Peter Wallner, dem Autor von Franklin Pierce, mit ziemlicher Sicherheit erfunden. Märtyrer für die Union Die Tatsache, dass es keine Zeitungsberichte über den Unfall gibt und er in keiner Korrespondenz erwähnt wurde, hat mich davon überzeugt, dass dieser Vorfall wahrscheinlich nicht passiert ist, sagte der Autor Wallner später in einem Interview. Als überzeugter Demokrat und Anhänger einer strikten Befolgung der Verfassung war Pierce ein unverblümter Kritiker des Bürgerkriegs im Sinne von dem Republikaner Abraham Lincoln, dessen Ansatz in Bezug auf die verfassungsmäßigen Freiheiten Liberaler war als die von anderen. Nachdem Lincoln ermordet worden war, versammelte sich eine Gruppe von Bürgern in Pierce's Heimatstadt Concord auf der Straße, um ihrer Trauer Ausdrück zu verleihen und Nachbarn zu konfrontieren, die in diesem Moment der nationalen Tragödie nicht die Flagge zeigten. Schließlich erreichten etwa 200 bis 300 Concordianer das Haus von Pierce und wie Wallner in Franklin Pierce erzählt, die Märtyrer für die Union verlangten zu wissen, warum der ehemalige Präsident keine Flagge öffentlich zeige. Es ist nicht nötig, dass ich meine Hingabe für die Stars und Stripes zeige, antwortete Pierce gereizt und wiederholte dann seine patriotische Redlichkeit, indem er daran erinnerte, dass seine Vorfahren an der Revolution und dem Krieg von 1812 teilnahmen. Außerdem habe er persönlich 35 Jahre lang im Dienst von New Hampshire und später sogar der ganzen Nation gestanden, erwiderte Pierce den Demonstranten. Egal, ob er die Menge mit seinem Redekunst bewegte oder sie einfach nur zermürbte, der Mob jubelte Pierce dreimal zu und zerstreute sich, ohne sein Haus niederzubrennen. Er war ein besserer Ex-Präsident. Wie Jimmy Carter war Pierce ein besserer Ex-Präsident als Präsident, wenn auch aus keinem anderen Grund als dem, dass er nicht mehr im Amt war. Er verbrachte einen Großteil seiner Zeit damit, sich um seine Frau Jane zu kümmern, die langsam an Tuberkulose starb. Das Paar verbrachte den Winter 1857-58 auf den portugiesischen Inseln Madeira, wo sie in Erwartung einer Reise über den Kontinent französisch lernten. Ihre Reisen durch Europa in den Jahren 1858-59 führten sie in die Schweiz und nach Italien, Paris und London. Nach seiner Rückkehr in die USA war Pierce damit beschäftigt, verschiedene Grundstücke in seinem Heimatstaat New Hampshire zu erwerben. Er führte auch einen stetigen Briefwechsel politischer Korrespondenz und bevor er und Jane aufbrachen, um den Winter 1859-60 auf den Bahamas zu verbringen, schrieb Pierce an seinen ehemaligen Kriegsminister Jefferson Davis und drängte ihn, laut Biograf Wallner, der Bannerträger der Demokratischen Partei im Jahr 1860 zu sein. Jane Pierce' Frau starb am 2. Dezember 1863 im Alter von 57 Jahren. Kurioses Er perfektionierte das Überkämmen. Pierce hatte ausgesprochen feines Haar, das Anlass zu einem Kuriosum gab. Ein Zeitzeuge aus dem Beerdigungsinstitut, der den Körper von Pierce' Zustand nach seinem Tod gesehen hatte, beschrieb ihn so. Sein Kopf war eine Masse von lockigem, schwarzem Haar, das tiefschräg über seine breite Stirn gekämmt war. Doch diese Masse von Locken könnte ein Akt der Übertreibung gewesen sein, im Versuch einer kuriosen Andeutung auf diese tiefe Schräge in den Haaren von Pierce. Auf einem Foto aus dem Jahr 1862 scheint Pierce's Haar im Profil auf zwei Ebenen zu existieren. Oben ist das Haar tiefschräg gekämmt und unten ist ein kleiner Fleck, vorne zwischen der Mitte seiner breiten Stirn zu sehen. Das Haar von Pierce ist zweifellos ein Thema, mit dem künftige Historiker ringen müssen. Liebe Translator Press, Freunde, wenn ihr mehr lesen und erfahren wollt über den 14. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Franklin Pierce, dann lade ich euch ein, auf die Webseite www.translatedpress.com zu gehen. Dort könnt ihr den ganzen Artikel über das Leben von Präsident Pierce nachlesen. Wie immer würde ich euch gerne dazu auffordern, uns viele Likes zu geben, schreibt uns Leserbriefe und bitte empfehlt unseren Kanal weiter an alle geschichtlich und historisch interessierten Menschen. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen bis morgen, dann stelle ich euch den 15. Präsidenten der Vereinigten Staaten vor. Bleibt gut beschützt, euer Translated Press History Team.